Klasek Signature Limited Edition Roman Candle mit 8 Schuss. Hierbei handelt es sich um ein römisches Licht mit wie gesagt 8 Schuss, mit 4 verschiedenen Effekten, einer Laufzeit von 30 Sekunden, einer NEM von 150 Gramm in Kategorie F3 und einem Durchmesser von 30 Millimetern. Das Rohr wird heute Abend auf einem angezeigten Feuerwerk gezündet. Ich freue mich drauf, bis später. Ja, dann bringen wir das Ding mal zum Laufen. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020